Easy! So Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog. Meph ist mit im Auto und Loki, falls ihr ihn sehen könnt. Und wir fahren jetzt zu einem weiteren Trainingsspot. Heute wieder eine PK Session. Viel Spaß beim Session. So Leute, wir sind angekommen und haben ein bisschen Parkplatzprobleme gehabt. Kennt euch das, Skatepark. Da hinten ist noch ein Beachvolleyballplatz. Mega nice, wusste ich gar nicht. So Leute, Chris ist auch schon am Start. Er ist schon zuerst da gewesen. Wie immer. Fariboy ist auch am Start. Ich zeig euch jetzt gleich den Spot. Okay Leute, also ich hoffe der Spot gefällt euch soweit. Und wir trainieren gerade den Loki, meinen Hund, zu einem Parkour-Dog. Let's go! Oh, riecht gut! Das hat so heftig gut funktioniert gerade. Alter, der ist über diese Gap hier gesprungen. Und über diese Gap hier auch. Über gut. Okay, nach den ganzen Jumps ist ihm, glaube ich, ein bisschen zu warm geworden. Deswegen gönnt er sich jetzt ein bisschen Wasser. Okay Leute, das war lustig. Jetzt wärme ich mich auf und dann gucke ich mal, was ich mache. Okay, erste Line steht. Für mich zumindest. Ich mache die einfache Variante. Chris hat die schwere Variante. Beziehungsweise so ein Teil davon. Von da nach da jumpen. Ich will lieber diesen Block anlaufen, hier abspringen und hier vorne erstmal landen. Und dann vielleicht weiter mal gucken. Hey! Nice! Erste kleinen Challenge Check. Ich überlege jetzt gerade vielleicht von hier, wenn ich hier gelandet bin. Einen Schritt weiter. Darüber. Und dann. Und dann und dann und dann. Und dann und dann und dann. Und dann Aerial Twist runter. Wäre doch nice. Hey, Meth! Das war der erste Try, den er gestanden hat. Und ich habe gesagt, auf Kamera Bruder, auf Kamera. Das ist der Vorführeffekt, aber andersrum. Bei Chris ist das so. Neue Line. Neuer Struggle. Ich starte von hier. In dem Kreisel des Todes. Dann geht es hier weiter. Über diese Ledge. Hier drauf. Boom. Dann so ein 180. Boom. Auf dem Boden. Dann geht es weiter. Hier so ein 360. Boom. Und dann wieder hoch. Weiter, 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 weiter. Dann hier. Tick, tock. Hier drauf. Bam. Das ist der aktuelle Struggle. Was kritisch an diesem Ding ist. Der Baum ist so quasi. Deswegen ist das Ausrutschen vorprogrammiert. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber wir gehen weiter. Meth ist eigentlich der Tick Tock Pro. Tick Tock. Tick Tock. Tick Tock Pro. Also, let's go. Oh Gott, Alter. Wie machen wir diesen Jumper-Dumper mal? Der ist nicht mal so weit. Was sagt ihr? Ja. Ja. Ich hab aber schon einen Plan. Ja. Ja. Der Tick von Chris war richtig geil, Mann. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Richtiger Physiker. Ich bin erneuten abgewählt. Ach, Junge, Alter. War sehr easy. Ach, was bin ich doch für ein Lappen, Alter. Ey, Mev, 1st Try. Findest du auch? Ja. Korrekt. Oh, boah. Das sah aus, Alter. Hast du es auch genommen? Ja. Ich glaub, das war drauf. Oh, Alter. Hab ich gar nicht gecheckt, Alter. Super! Wir haben gecheckt, Alter. Wir haben ja die Eser. Wir haben ja die Eier in澤 1, 2. Dash. Ach so. Ach so. Ach so, ach so. Ach so. Ach so, ach so. Ach so, ach so. Er ist echt verirrt, Alter. Tschau. Tschüss. Die Challenge ist geschafft und ich bin jetzt auf der Suche nach der nächsten Challenge bzw. nächste Line. Und ich glaube, ich werde jetzt die Gap springen, die der Elias damals gejumpt ist. Wo doch verreckt ist, dass wir jetzt auch nochmal machen. Und dann bastel ich mir daraus, sie wettelt auch noch eine Line. Zwischenstopp beim F. Der rastelt richtig aus mit seinen Ninja-Moves. Oh, heftig, oder? Hier tic-tac, hier drauf. Boom. Oh, Junge. Oh, nice. Sticken ist natürlich geiler. Oh, damn. Damn, son. Da war der Beweis, der hat ihn nicht gestickt. Muuuuh. Ich habe für heute Meth wieder drüber Backflip machen. Machst du den jetzt einfach so hoch? Das wäre jetzt heftig, Mann. Check mich auch. Vorsicht, gerne. Was machst du denn gerade? Ich schwöre, sobald ich runter gehe, fangen meine an zu jiggeln. Und dann fahre ich in die Liga-Seite. So antesten war so ein Packchen. Kriss und Mann haben gerade eine Gap gefunden, die ein bisschen kürzer ist. Da fühlen mich das jetzt. Nice. Ja, Gap, easy. Du bist dran. Easy. Boah. Boah. Drop those shoulders away from the airs, bend the knees, and then sit back into child's pose. Boah. Wohin willst du denn? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, Alter. Hey, Nias, ich hoffe, die Erinnerungen kommen hoch. Warte. Oh, oh, oh. Ich erinnere mich an den Sticker. Leute, also ich mache jetzt hier den Gap Flip. Dann von da oben komme ich hier runter. Hier würde ich einen Gainer machen. Und dann komme ich da raus. So will du. Das ist ja gerade mein Herz zerstört, ne? Das ist ja gerade so mein Herz zerstört. Mein Fuß war so drauf und ich dachte, ich kippe jetzt weg und sterbe. Easy. Next try ohne sterben. Ich muss jetzt nur lernen. Von hier, da hoch und dann direkt den Gainer ziehen. Also quasi ohne diesen Zwischenstep kann ich die ganze Zeit machen. Wenn ich das dann kriege, kann ich die gesamte Lander. Im Hintergrund viele sehen, wie Mavericks struggle so lange. Boah. Na, kann nicht, Alter. Ich habe nicht was im Tiefen. Alter, Mann. Alter, der Mauer. Ziehen wir die Line durch, oder was? Nice. Hey, wir wollen noch kurz meine Line aufnehmen? Ja. Korreter Typ. Oh. Scheiße. Ja. Okay. Boah, wenn der drauf kommt, ist das geil, Alter. Boah, wenn der drauf kommt, ist das geil, Alter. Ja. Ich bin jetzt noch ein paar Versuchen, die Line erfolgreich geschafft. Hat mega Bock gemacht, die Line war epic. Guter Tag bisher, mega geil. Okay, es geht weiter. Ich join jetzt den anderen Boys. Was macht ihr gerade? Wir machen 360 Wall Run. 360 Wall Run, let's go. Beide brauche ich jetzt auf und weg. Genau, ja. Wo Interessante ist. Hä? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 ah, oh, 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 oh. The Speed is over. Second to be followed. Nice, nice, nice. 4 Sekunden! 4 Sekunden! 4 Sekunden. 4 Sekunden. 10. 4. Leute, ich bin ein Loser und habe diese Challenge abgebrochen, weil ich ein Loser bin, ich muss das also üben. GoPro Inception, let's go. So Leute, die Session heute hat mega gebockt, war richtig geil. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, ein bisschen wieder dabei gewesen zu sein. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen motivieren, auch eine PK Session zu starten. Und ich würde sagen, dass ihr was beim nächsten Mal vergesst nicht zu liken, zu teilen, zu abonnieren, Glocke aktivieren. Nice, bis zum nächsten Mal. Ciao, Zen. So, wir haben heute auch richtig lange gemacht, das war eine echt lange, ansteigende Session, deswegen Energie ist weg, Hunger ist da, also müssen wir jetzt nachtanken. Hey Matt, ich weiß warum ich für Hacke bin. Das liegt an einer doben Mütze. Oh, ich steiß einfach heute drauf, Alter. Das ist der Hut, das ist der verdammte Hut. Ich zieh den Hut aus, komm. Ich zieh ihn aus, zieh ihn aus. Ich kann sich ans skillsen, Karl.